Wird das Gebet draußen angenommen, wenn man geschminkt ist? Natürlich erst einmal ist es einer Frau in jeglicher Art und Weise untersagt, dass sie sich in der Öffentlichkeit schminkt. Sei das viel oder wenig. Ja, sei das viel oder wenig, eine Frau darf sich nicht in der Öffentlichkeit schminken. Wenn sie das aber macht, ist dann das Gebet in der Öffentlichkeit gültig? Es ist gültig, denn das hat keine Auswirkungen auf das Gebet, aber sie sündigt. Sie sündigt, aber das Gebet an sich ist gültig, solange sie natürlich die Gebetswaschung richtig vollzogen hat. Denn es gibt Schminke, die nicht wasserdurchlässig ist. Ja, und wenn du dann die Gebetswaschung vollziehst und diese Schminke auf dir hast, auf dem Gesicht, dann ist die Gebetswaschung nicht gültig und somit auch das Gebet nicht gültig. Ja, daakera, daakera, daakera- daakera, daakera, daakera. Bis zum nächsten Mal.